Lotha Ring Herzlich Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind in Lotha Ring. Wir haben in der letzten Folge Lotha Ring ein bisschen erkundet. Ist das laut? Wir haben festgestellt, dass es keinen einzigen Händler gibt. Was mich mit einem vollen Inventar zurücklässt. Und jetzt sind wir auf der Suche nach der Priesterin, um den Typen zu retten. Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Das ist alles. Möge der Erbauer uns gnädig sein. Okay. Ja? Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Eric. Ich bin Sir Bryant, der Kommandant der verbliebenen Templar Lotha Ring. Ihr wirkt nicht wie die anderen Flüchtlinge. Gehört ihr zu Arl Eamons Rittern? Eigentlich bin ich ein grauer Wächter. Ah, ich verstehe. Terran Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Cailens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Ja, ich habe die Gerüchte gehört. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Terran behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Wegen der Banditen. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Ich glaube sie selbst vertreten. Wirklich? Sind sie fort? Es ist wahr. Ich habe selbst gesehen, wie diese Bastarde in Richtung der Hügel gerannt sind. Das ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Na klar. Falls es euch interessiert. Die Anschlagtafel des Kantors ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt. Hm. Informationen. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Was ist bei dem Kunari? Ich war dort, auf dem Hof. Die Bestie stand einfach da, inmitten seiner Opfer. Er hat nicht einmal versucht abzustreiten, dass er die Familie ermordet hat. Die ehrwürdige Mutter hat ihn einsperren lassen. Sie zeigt mehr Gnade, als ich es getan hätte. Aber vielleicht hat sie ja recht. Und der Erbauer liebt all seine Schöpfungen. Selbst die Kunari. Also, hat er es jetzt gemacht oder nicht? Weil er hat es noch nicht direkt zugegeben. Aber ja. Kann man den freilassen? Ihr könnt die ehrwürdige Mutter fragen. Sie hat angeordnet, ihn dort verrotten zu lassen, bis die dunkle Brut ihn sich holt. Hm. Neuigkeiten? Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert, keine davon ist gut. Es heißt, Terran Loghain wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. Was meinst du? Terran Loghain hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Arl Eamon die Möglichkeit gehabt hätte einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt. Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Hm. Was ist mit Arl Eamon? Arl Eamon ist erkrankt und alle seine Ritter sind auf der Suche nach der Heiligen Urne mit der Asche Andrastes. Es heißt, sie heile alle Krankheiten. Er muss wirklich sehr krank sein, wenn ein Wunder das einzig mögliche Heilmittel ist. Einer der Ritter des Arls, Sir Dunnel, ist hier und jagt Hirngespinsten nach, während... Wie auch immer. Fragt ihn selbst, wenn ihr euch für seine Torheiten interessiert. Was ist mit dem Dorf? Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Okay. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. 20 Silberstücke, Flüchtling, Templer, Sir Dunnel. Hm. Wer? Bitte verzeiht. Ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Dunnel. Seid ihr das? Alistair? Beimer Bauer. Wie geht es euch? Ich... Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Terran Loganes Verdienst. Wenn Arl Eamon wohl auf wäre, würde er Logane umgehend in die Schranken weisen. Ihr seid also hier, um nach der Urne der Heiligen Asche zu suchen? Ja, das bin ich. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Euer Freund Sir Hendrik. Hm. Und ihr habt sein... Medaillon? Und eine Notiz? Beimer Bauer. Ach. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Hm. Ich hab Divididen von Tremen. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Ach, erzähl mir mehr drüber. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Ja, das klingt echt nach Zeitverschwendung. Aber ja, ich hab keine Ahnung von deiner Religion. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Jetzt, wo Hendrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Hm. Okay. Ich hab das Gefühl, dass wir den noch suchen müssen. Und in der Natur, breitete sich der Gesang des Lichts in der Dunkelheit aus. Das Wort vertrieb Furcht und Ungesinn. Mögen die... Narren! Da reden sie um Hilfe zu einer Prophetin, die sie verbrannt haben, und einem Gott, der ihnen nicht einmal, sondern sogar zweimal den Rücken gekehrt hat. ...gesündigt haben, vergeben finden. Brauchst du Symbol von Andrasta? So, das hier brauchen wir nicht. Das hier brauch ich schon. Ich werd jetzt mal trotzdem alles looten, auch wenn ich kein Plasma-Inventar hab, weil ich verpasse sonst wahrscheinlich zu viele Loot. Ich will Ihnen unsere ehrliche Hingabe und unendliche Verehrung hören. Und möge der Erbauer dann zu uns zurückgehen. Wird erledigt. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Wer bist du? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Was soll ich mit deinem Segen? Ich habe nichts zu geben. Ich verstehe. Nicht jeder ist wohlhabend genug, um auch nur ein paar Münzen für die Gunst des Erbauers erübrigen zu können. Was kann ich also für euch tun? Ich bin ein grauer Wächter und muss die Verderbnis besiegen. Und dazu muss ich eine Armee aufstellen. Also von daher brauche ich jeden, jedes Geldstück, das ich kriegen kann. Ich wollte mit euch ein bisschen eingesperrt und können nachher sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten. Aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Ich hätte Verwendung für ihn. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Unter eurer Aufsicht? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin ein grauer Wächter. Ein grauer Wächter? Oh nein. Ich muss euch bitten zu gehen, bevor ihr uns in Schwierigkeiten bringt. Ja. Gebt mir den Konari, damit ich kämpfen kann. Damit ihr euch im Kampf gegen die Verderbnis hilft? Das könnte eine Art der Buße sein. Aber seid ihr sicher, dass ihr ihn kontrollieren könnt? Ich, äh... Nein, ich kann nicht. Mit euch zu kooperieren, könnte uns in große Schwierigkeiten bringen. Die junge Brude ist der Feind. Dem Erbauer bedeuten die Opfer dieses Konari ebenso viel wie die Tausende, die in Osthaga gefallen sind. Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Doch, da ist noch Stan, der Konari. Schon wieder? Ja. Wir haben diese Angelegenheit bereits besprochen. Nein. Und ich habe euch gesagt, dass ich diese Kreatur nicht freilassen werde. Doch. Was hat er getan? Er hat die Bewohner eines ganzen Hofes auf dem Gewissen. Nur eines der jüngsten Kinder konnte sich lange genug verstecken und überleben. Das Kind hat erzählt, dass sein Vater den Konari schwer verletzt gefunden und bei sich aufgenommen hat. Diese Güte wurde mit Mord vergolten. Die Männer des Ben haben den Konari gefunden. Er stand einfach zwischen den Toten. Er hat keinen Widerstand geleistet. Sicher, dass er es war? Warum hat er das tun sollen? Er wollte es uns nicht sagen. Aber er hat seine Schuld eingestanden. Selbst die erfahrensten der Ritter, die ihn festgenommen haben, waren von der Grausamkeit der Tat erschüttert. Lasst euch von seinem ruhigen Wesen nicht täuschen. Der Konari stellt eine Gefahr dar. Kannst du das natürlich mal überdenken? Ich kann nicht. Selbst für einen grauen Wächter nicht. Bitte überlasst den Konari seinem Schicksal. Nein, ich bringe sie jetzt nicht um. Das freut mich. Es ist bestimmt besser, wenn ihr eure Bemühungen auf andere Aufgaben richtet. Da ist ein richtig fetter, krasser Schläger. Und ich brauche dringend fette, krasse Schläger. Also nichts für Irrgut, aber du gibst mir den. Ich werde noch mal ein bisschen rumfragen, ob ich da noch andere Informationen kriege. Aber wenn nicht, dann... Wir müssen nicht haben, vergeben finden. Und wenn nicht, dann... Ah... Nerv. Okay, gut. Ähm... Kettenrüstungsstiefel hätte ich gern. Selber Flaschen brauchen wir nicht. Gut. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Ja, das könnte man so sagen. Die haben vielleicht Nerven. Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Bist du nicht ein bisschen zu hart? Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Ich brauche einen Händler. Der ist der einzige Händler am Dorf, wie es aussieht. Also ich fürchte in der Situation... ...könnt ja nicht einen Kompromiss finden und trotzdem noch Profit machen. Hm. Weißt du was? Ich weiß nicht. Ich... Hm. Hm. Entscheidungen, Entscheidungen. Ich bin mir nicht sicher. Ey komm, es ist eine... Obwohl... Ach, keine Ahnung. Scheiße. Kannst du nicht einen Kompromiss? Nee, da wird kein Kompromiss, oder? Trotzdem noch Profit machen. Kannst du nicht trotzdem Profit machen? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, gut. Das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Aufschwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. Du bist ein Händler, das kann ich doch nur... Warum willst du nicht, dass ich da... Egal. Egal, was soll's. Wir können Sachen verkaufen. Das ist ganz wichtig. Dämonen-Sekret. Wer braucht das schon? Verkaufen. Froststein. Feuerkristall. Fallenauslöser. Verkaufen. Todeswurzel. Fläschchen. Metallsplitter. Elfenwurzel brauche ich eventuell noch. Äh, werden... Tränken. Ja, keine Ahnung. Ne. Ich brauche Platz. So, hier haben wir Seelenfresserbeschichtung. Das ist keine Ahnung. Das ist irgendein... Gift. Säurebeschichtung. Todeswurzel-Extrakt. Äh... Geisterbalsam. Beruhigende Wirkung. Erhöht den Resistenz gegen Geistschaden. Ja, ich weiß nicht. Nee. Wärme-Balsam gegen Feuerschaden. Elektriziererdung gegen Elektrizitätsschaden. Brust-Symbol von der Draste. Silber. Manachid. Stein. Sört. Nee. Okay, das sind einfach nur Steine. Wolfsfälle. Manachid. Bergkristall. Ja, da. Accessoires. Vermesser. Rüstung. Gut, dann gehen wir jetzt einmal durch. Also, wir hatten hier gerade noch einen Ring. Der macht Sinn. So, hatten wir irgendwas, das ist neu. Das hat einfach nur Erschöpfung. Äh, mittelschwere Stiefel. Ja. Nehmen wir mal. Der hat 1,20. Nehmen wir mal. Äh. Das sind Schilder, okay. So, hier haben wir Axt. Axt, Axt, Axt. Durch. Großschwert. Machen wir nicht. Langschwert. Das Wächters. 7,7. Dürfte aber nicht besser sein als meins. Nee. Kurzbogen. 5, 5 und 6. Alistair. Du hast ein Schwert mit 7,7. Und das bedeutet, das ist besser als jede Axt, die hier drin ist. Für den Sten hebe ich mir mal ein Großschwert auf. Oder ich gebe ihm ein Schild. Das wäre natürlich auch machbar. Ja, ich gebe ihm lieber ein Schild und eine Axt oder sowas. Sprich, Großwälder können weg. Die anderen Bögen können auch weg. Ähm, seine Rüstung. Die Schilder sind alle schlechter. Gut. Bei Morrigan hatten wir auch schon das durch. Stäbe hatten wir keine neuen gehabt. Ne? Ne. Rüstung. Stiefel. Ah, er hat Schuhe. Schön. Schlackputze. Ne. Ich nehme nicht an, dass hier etwas auf... So, ähm, Waffen. Brauchen wir nicht. Axt, oder? Was behalte ich? Warte mal. Ähm. Ich behalte, glaube ich, ein Schwert, oder? Weil das braucht 11 Stärke. Und hat... Warte mal. Das hat 7,7. Und braucht 13 Stärke. Das beste Schwert, was ich hier momentan habe. Das behalte ich mal. Und ansonsten gebe ich ihm noch ein Schild und das war's. Über 7,7 habe ich keine Axt, ne? Ne. Und verkaufen wir die. Durch. 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 Großwetter brauchen wir generell nicht. Das behalten wir. Das kann weg. Die Bögen können auch weg. Der kann auch weg. So, das kann auch alles weg. Abgesehen von schwerem Zeug, was ich noch nicht tragen kann. Das hat 10 Stärke, das kann nur weg. Kann nur... Müssen wir mal prüfen. Die behalte ich mal noch, die auch. Eins brauche ich noch von denen. Das ist das Beste wahrscheinlich. Das behalte ich auch noch. Das auch. Das kann weg. Das kann auch weg. cool. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Geld. Haben wir 6 Goldstücke. Okay. Dann können wir wieder anfangen zu looten. Wunderbar. Durch. Wunderbar. Mir ist kalt. Mir gefällt es ihr nicht. Wunderbar. Wunderbar. Was man nicht so alles findet. Goldene Sense. Aha. Da haben wir noch Zeugs. Erstmal die Flüchtlinge beklauen. Kunstbogen. Tiefenpilz. Gut. Mutter. Also gut. Ich habe da eine Frage, die ihr mir nicht beantworten könnt. Redet ihr mit mir? Jawohl. Ihr haltet euch doch für schlau. Ich habe eine wissenschaftliche Frage für euch und wette, dass ihr sie nicht beantworten könnt. Was? Oh, das möchte ich bezweifeln. Also sagt mir, wie hieß Andrastes Ehemann? Das ist eine religiöse Frage, keine wissenschaftliche. Ihr macht Witze, oder? Jedes fünfjährige Kind könnte das beantworten. Wisst ihr nicht mehr als ein Kind? Eure Religion ist mir gleichgültig und euer Spiel ist beendet. Oh, seht die Mächtigen zu Staub zerkrümeln. War doch nicht sogar der Erbauer selbst? Betrachtet es als erledigt. Kleiner Rundschild. Und da haben wir eine Troll. Bühner. Mädenarbeiter. So, ja, hier. Raufen. Und ein Sack. So, drauf geplündert. Hm. Ja, Stan. Also, ich hab versucht, mit ihr zu reden. Kannst du mir da irgendwas sagen? Möchtet ihr sonst noch etwas? Habt Dank, Zwerg. Hm. 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 Ich hab das Gefühl, es wird ein größerer Kampf. Oh, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin so weit. Oh, komm, ich bin so weit. Oh, ja. Ich bin so weit. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin bereit. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ich bin ein Töger. Das reicht. Das reicht. Das ist eine Tögerung. Untertitelung. BR 2018 Du hast dir wehgetan. Okay. Shit, wie viele das immer sind, ey. So krass. Ja, die geht bitte darauf, die darf den hier bitte stunnen. So krass. So krass. Das war's für heute. Scheiße, ey. Warum bin ich so schwach? Hatsache, ey. Zurück! Got him! Jetzt findest du dein Ende! Jetzt findest du dein Ende! Jetzt findest du dein Ende! Triff! Alter! Ich brauche Heilung! Die Tür riecht! Ich bin bereit! Wie mache ich denn das jetzt? Das ist nicht gut! Ich bin vermutet! Okay. Ich weiß nicht. Kann ich denn fliehen? Oregon. Hallo? Das ist nicht gut! Ich bin verwundet! Geht gar nicht, oder wie? Aber ich will nicht meine Tränke verballern! Ich bin bereit! Das ist nicht besonders... Was, jetzt? Ich brauche Heilung! Heilt mich, bitte! Wenn wir das nicht kämpfen müssen, sollten wir es kurz und schmerzlos machen. Gut, einer weniger! Oh je. Oh je, also ich bin schwächer als ich dachte. Trotz Bogen. Ja, um die letzten Vaditen kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.